Hallo liebe Rapid-Fans und liebe Rapid-Familie, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, habe ich gestern das Cup-Finale 2019 am virtuellen Rasen gespielt und der SK Rapid Wien und ich konnten mit 2 zu 0 und 3 zu 1 Salzburg besiegen und haben den Titel nach Hütteldorf geholt im E-Sports am virtuellen Rasen. Und ich habe das Ganze aber auch live gestreamt auf meinem Kanal und habe für euch die Highlights zusammengeschnitten und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit. und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit. und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit. und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020